Wir befinden uns im Kapitel 4.6 des Kurses Angewandte Statistik und R. Es geht um die ANOVA. ANOVA steht für Analysis of Variances, zu Deutsch Varianzanalyse. Was ist die Varianzanalyse? Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass, was ich gleich sagen würde, könnte einige Forscher in der Psychologie und in der Experimentalforschung dazu veranlassen, mir an die Gurgel gehen zu wollen. Aber ich möchte hier vereinfachen. Die Varianzanalyse ist vereinfacht ausgedrückt wie ein T-Test, nur dass es mehr als zwei Gruppen gibt. Ein T-Test dürfen Sie nur bei zwei Gruppen anwenden, die Varianzanalyse müssen Sie bei drei oder mehr Gruppen anwenden. Die Fragestellung ist, gibt es einen nicht zufälligen, also einen signifikanten Unterschied zwischen drei oder mehr Gruppen, bezogen auf ein metrisches Merkmal. Eine Beispielfragestellung könnte sein, zuvor auch schon gesagt, unterscheiden sich die Bewohner der 16 Bundesländer hinsichtlich ihres Einkommens. Nun zu den Aufgaben. In unserem Datensatz Radio, den Sie auf gottbearsen.online bekommen, gibt es eine variable Sendercluster. Dort wurde erfasst, ob ein Hörer, einen jungen Privatsender, einen alten Privatsender oder einen öffentlich-rechtlichen Sender, einen SWR-Sender hört. Ihre Aufgabe ist nun, zu schauen, ob die Beurteilung des Gesamtprogramms, gemessen von 0 nicht gut bis 100 sehr gut, zwischen diesen drei Hörergruppen sich unterscheidet. Die zweite Aufgabe ist dann, auch wieder die drei Gruppen der Sendercluster nehmen, unterscheiden sich diese drei Gruppen bei der Beurteilung der Moderation von Radiosender. Den Befehl dazu finden Sie auf der ersten Seite der Befehlssammlung relativ weit oben rechts und der lautet Summary, Klammer auf, AOV für Analysis of Variances, Klammer auf. Dann kommt die abhängige Variable, also im ersten Fall die Variable Gesamtprogramm, Schlange, die Gruppierungsvariable oder unabhängige Variable, also in dem Fall Sendercluster und wie immer, Komma, Data equals Radio in unserem Fall. Sie müssen eher ja sagen, wo soll er die Daten herziehen. Jetzt heißt es für Sie, Feuer frei, lösen Sie die Aufgaben und ich werde Ihnen sofort die Lösung dazu präsentieren, damit Sie abgleichen können. Hier nun die Umsetzung der NOVA, der Varianzanalyse in R. Die erste Aufgabe war zu schauen, ob die drei Hörergruppen Privat-Jung, Privat-Alt und SWR-Hörer das Gesamtprogramm ihrer Sender unterschiedlich beurteilen. Den Befehl dazu für die Varianzanalyse bei dieser Fragestellung habe ich in Zeile 89 von meinem Skript hier oben links eingetragen. Lassen Sie den Befehl laufen und Sie bekommen das Ergebnis wie immer in der Konsole unten links. Das Erste, was Sie machen, ist sich den P-Value anzuschauen. Der ist hier relativ weit oben rechts abgetragen. Der P-Value ist kleiner 0,05, sogar kleiner 0,01. Das heißt, es gibt einen hochsignifikanten Unterschied. Bei diesem Verfahren werden Ihnen sogar zwei Sterne angezeigt, also es wird Ihnen eine Hilfe gegeben, um zu sagen, wie das Signifikanzniveau aussieht. Kurz dazu finden Sie unten in der untersten Zeile des Ergebnisses und Sie können sehen, ein Stern heißt, die Werte der P-Value ist kleiner 0,05, aber größer 0,01. Das ist signifikant. Zwei Sterne heißt, kleiner 0,01, aber größer 0,001. Hochsignifikant. Das ist bei uns der Fall. Wir haben also einen hochsignifikanten Unterschied. Wenn der Wert kleiner 0,001 wäre, dann würden drei Sterne angezeigt werden. Also, P-Value anschauen. Kleiner 0,05, hier sogar kleiner 0,01. Es gibt einen hochsignifikanten Unterschied zwischen den höheren Gruppen bei der Beurteilung des Gesamtprogramms. Der zweite Schritt, wie immer, ist, wie sieht der Unterschied überhaupt aus? Das wollen wir auch wissen. Es würde nicht ausreichen, in einem Forschungsprojekt zu sagen, es gibt einen signifikanten Unterschied. Dann kann man sagen, schön, und was habe ich als Leser davon, wenn ich den Bericht lese? Es geht darum, wie sieht der Unterschied aus? Dementsprechend müssen Sie die Mittelwerte darstellen. Die Befehle dazu haben wir im Kapitel 5.3 Lageparameter und Streuungsmaße behandelt. Und der Befehl für Mittelwert lautet mean. In unserem Fall, Klammer auf, Gesamtprogramm, Schlange, Sendercluster, Komma, Date with Radio, Klammer zu. Hier bei mir im Skript in Zeile 90. Wenn ich den laufen lasse, sehe ich nun die Mittelwerte angezeigt. Ich kann sehen, die Hörer von Privat-Alt-Sendern beurteilen ihren Sender mit ungefähr 83 auf einer Skala von 0 nicht gut bis 100 sehr gut. Privat-Jung ist knapp 77 und SWR mit knapp 47. Das heißt, unsere Interpretation der Varianzanalyse hier sagt aus, Wir können sagen, es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Hörergruppen in der Beurteilung der Radiosender. Am besten beurteilen Privat-Alt-Hörer, dann Privat-Jung-Hörer und am schlechtesten beurteilen SWR-Hörer. Zur zweiten Aufgabe. Moderation. Diese drei Hörergruppen beurteilen die die Moderation unterschiedlich. Den Befehl dazu habe ich in meinem Skript hier oben in Zeile 92 eingetragen. Wieder Summary, Klammer auf, AOV, Klammer auf, Moderation, Schlange, Sendercluster, Komma, Daytakers Radio, Klammer zu, Klammer zu. Den Befehl laufen lassen, wird das Ergebnis wieder unten angezeigt. Und hier ist nun ein Pi-Value zu finden von 0,0986. Dieser Wert ist größer als 0,05. Das heißt, es gibt keinen signifikanten Unterschied. Dann gibt es auch in der Regel keine Diskussion und kein Herum-Argumentieren. Aber die Werte sind doch bla bla bla. Was man schreibt ist, es gibt keinen signifikanten Unterschied oder es gibt keinen signifikanten Einfluss. Das war die ANOVA, die Varianzanalyse und im nächsten Schritt geht es mit dem Shapiro-Wilk-Test weiter.